Seit sechs Jahren ist Hautärztin Dr. Katrin Friedl mit ihrer Wohlfühl-Hautarztpraxis in Regensburg-Kumpfmühl zu finden. Die Schwerpunkte ihrer Praxis liegen in der Hautkrebsdiagnostik und Therapie, der ästhetischen Dermatologie und der Lasertherapie. Am vergangenen Wochenende haben Dr. Katrin Friedl und ihr Team ihren Patienten mit einem Informationstag Danke gesagt. Wir verknüpfen hier unser heutiges sechsjähriges Praxisjubiläum mit einer kleinen Promotion-Veranstaltung. Wir haben ein neues, ganz tolles Gerät, BTL Excelis Elite. Das ist eine Kombination aus Radiofrequenz und Ultraschall, was quasi Fett wegschmelzen kann und Haut straffen kann. Das hat eine integrierte Kühlung und dadurch kann ich ganz individuell am Patienten arbeiten, quasi entweder oberflächlich die Haut straffen oder eben in der Tiefe Fett wegspelzen, Cellulite behandeln, auch in Kombination mit der Stoßwelle. Und darauf sind wir stolz und das wollen wir heute natürlich auch ein bisschen den Patienten, die Interesse haben, zeigen. Ein weiterer Schwerpunkt von Dr. Katrin Friedl ist die Lasertattoo-Entfernung, mithilfe des bayernweit ersten Hochleistungslasers. Aber egal ob ästhetische Dermatologie wie Faltenbehandlung, Peeling oder Mikroneedling, Allergologie oder Hautkrebsvorsorge und Diagnostik. In der Praxis von Dr. Katrin Friedl gibt es für fast jedes Haut- oder Haarproblem eine Lösung. Weitere Informationen finden Sie auf der eingeblendeten Homepage.